Hallo und herzlich willkommen, wir sind hier ohne Shader im META, weil es einfach viel zu dunkel gewesen wäre mit Shader. Deswegen ohne Shader, mit mir dabei ist der Dominik. Doch. Wir spielen in Minecraft Super Jar, ähm, Super Runterfall, Super Runterfall Map. Alter, wieso sind da so komische Druckplatten? Ohne Grund. Jo, die machen ja wirklich nix. Egal, wenn ihr misselt, Lava runterströmen. Boah, scheiß Lava von oben. So, perfekt. Boah, hier ist es aber trotzdem saudunkel, man sieht bestimmt jetzt in der Aufnahme gar nichts. Oh geil, mich hau es nochmal runter. Jetzt wieder heller. Es steht 7 zu 2. Eigentlich ist sie relativ geil, die Map, weil es auch so große Rücken gibt. Abschnitte. Hä? Hast du das nicht auch mal, weil das machen wir, weil deine Maus schneller ist und machen wir nicht bei Minecraft? Hä, nee. Jo, Shang. Genau. Lade nicht. Lade einfach nicht. Alles klar. Ich glaube, so weit habe ich die gar nicht gestellt, die Chance. Häää! Häää! Nein! Ich war schon so mega, mega nicht weit. Ich verbrenne. Jo, Beethoven spielt im Hintergrund. Ich hoffe doch, der hat seine Lieder nicht bei der GEMA angemeldet. Ja, logisch, Alter. Ah, die GEMA hat sich bestimmt alle Rechte gekauft. Man kann ja nie wissen. Deswegen reden wir hier wieder ein bisschen drüber. Ich fall die ganze Zeit runter. Ja, ich auch. Guck mal. 20. Lava! Oh, ein bisschen angefackelt den Hintern. Oh, jetzt sind meine Arschhaare brennen. Ei, ei, ei. Gar nicht. Ei, ei, ei. Dieses Lied ist natürlich ein echter Klassiker. Ist das überhaupt Beethoven? Ne, ist Bach. Bach. Ach, was sage ich denn? Ist doch Bach. Nicht Beethoven. Sorry. Oh, hallo. Guck mal. Guck mal rüber. Hallo. Du bist schon runtergekommen? Alter, guck mal. Guck mal. Wieso ist bei mir Lava darunter und bei dir nicht? Hä? Ja. Trotzdem verliere ich, wenn ich auf den Boden komme. Ja, na und? Aber trotzdem ist es unfair. Nein, ist es nicht. Jetzt hör auf zu brennen, du scheiß Fikore. Das ist doch gar nicht heiß. Geschmolzene Steine sind nicht heiß. Liebe Kinder, nein, sie sind kalt. Ey, Junge, wie weit willst du denn noch? Gar nicht. Ich komme da einfach nicht runter. Na ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wa? Hör auf zu brennen. Hör auf zu sterben. Hör auf runter zu fallen. Ich liebe Superjump. Weil ich in Jump in One einfach super bin. Hör auf zu brennen. Brenn nicht. Und sei nicht so dunkel hier. Sieht man doch gar nichts. Verdammter Humbug, ey. Verdammter Axt. Wie weit bist du denn schon? Na toll, die sieht man hier schon gar nicht mehr. Ja. Bist du schon zu Hause. Machen wir. Ding ist ein bisschen höher. Wow, das geht ja höher. Noch voll weit hoch. Toll. Hilf mir super weiter. Ja. Leidet schneller, Chance. Wie weit bist denn du schon? Ja. Ich hab's runter geschafft. Ich hab's runter geschafft. Ich hab's runter geschafft. Ich hab's runter geschafft. Freude Tanz. Freude Tanz. Freude Tanz. Freude Tanz. Wieso kann ich denn nicht da weiter gehen? Hm. Nein. Ah, stimmt. Ist bestimmt. Hä? Wo läufst du denn da hinten? Ach, du kommst wieder von oben runter, Woll. Sprichst du nicht mehr mit mir? Ah, doch. Doch, ist ja. Los, komm wieder von oben runter. Guck mal. Ich hab mir überlegt, wann man hier hinten lang geht. Andere Seite. Da, wo der Tunnel ist. Geht das wohl? Oder wird man da weggeportet? Weil wenn hier hinten auf das Ding springt, geht's so lang. Versuch's mal. Versuch's mal. Ja, toll, dann kann ich von vorne anfangen. Ey, da wird man weggeportet. Na klar, wird man da weggeportet. Seht ja auch als Bro. Nein, 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 nein. Nein, es leckt. Geil. Ich hasse Minecraft, ganz ehrlich. Nur Minecraft. 8 GB RAM zur Verfügung. Er ist schluckt gerade mal zwei. Benutzt das. Obwohl ich vier locker nehmen könnte. Da könnte es, aber es will es einfach nicht. Alter, es ist ja aufzubrennen. Ich hasse Minecraft manchmal. Ich hasse Duberdumpf. Scheißspiel. Ne, das erste Problem ist meine Maus, Mama. Scheißspiel. Und das soll easy sein. Ja. Wollen wir mal hart versuchen. Ein Typ schafft es, ungespielt wird es auf hart schaffen, in einem Durchlauf, der springt wie in der Gazelle im Sekundentakt immer zu einem Block. 21, 21 war voll schnell. Hm. Ja, will ich auch gerne kennen. Aber ich bin nicht ungespielt. Kennst Du ihn? Das ist das Übeste sucht. Ich bin abgespielt. Durchgespielt. Nee, du bist nur ungefliegt. Ah, Alter, die sind YouTuber, die könnt ihr mal suchen. Ähm, da hat sich wirklich einer ungefliegt genannt. Hallo. Gegenüber. Ja, Alter, ist das bei dir irgendwie einfacher, darunter zu springen? Bei mir ist das vor der größte Abstand. Nein, genau das gleiche. Ich starte nur da hinten. Bei mir ist das vor der größte Abstand. Ja, bei mir doch auch. Ja, komm jetzt spring. Nein, spring du. Okay. Jo, ich bin weiter. Und da muss ich husten. Warte mal kurz, ich mach mal kurz ein Mikro aus. Voll ein Mikro aus. Boah, Alter. Voll die Stimme weggeblieben. Die Forest wäre auch ein cooles Displayprojekt. Ich bin so froh, dass ich keine Fiske-Mann hatte. Warum? Alter. Weißt du, was ist mir gerade passiert? Ich wollte Anlauf nehmen. Fall hinten vom Block runter. Weil ich vergessen habe, F zu drücken. Das ist so eine miese Scheibenkleise. Ach, komm, wir geben einfach auf. Ich komme gar nicht bis zur Lava, weil er weggeportet wird. Schaffe es. Schaffe es. Schaffe es. Schaffe es. Schaffe es. Schaffe es. Ja, ja, alles klar. Sind wir ein bisschen weiter? So, dann wollen wir mal kurz in Ruhe. Was geht jetzt so bei dir? Okay, ich habe keinen Bock mehr auf mein Kopf. Es ruckelt. Ich auch nicht mehr. Ja. Ah, komm. Komm. Komm, dann fall doch runter. Dann fall doch runter. Dann lass mich doch in Ruhe. Fall doch runter. Ja, fall doch runter. Guck mal. Oh, toll. Ey, weißt du, was wir aufnehmen könnten? Wieso verbrennt sich dieser Scheiß-Typ nicht, ey? Spring in Lava und verbrennt nicht. Schiss. Bis zur nächsten Folge. In Minecraft. Nein, in Wirklichkeit. So, bis dahin. Wir sehen uns. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich immer noch. Super Jump. Einfach, hat super Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, ob es gefallen hat, ob es nicht gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.